Aus den Apokryphen in der Übersetzung von Dr. Hermann Menge aus dem Jahr 1930 Das Buch der Weisheit oder die Weisheit Salomos Erster Teil Lob der Weisheit als der Führerin zum wahren Glück und der Verleiherin des Sieges über die gottlose Welt. Mahnung an die Mächtigen der Erde zum Streben nach Gerechtigkeit, die allein wahre Weisheit und Heil schaffe. Gewinnt die Gerechtigkeit lieb, ihr Herrscher auf Erden, denkt an den Herrn in Aufrichtigkeit und sucht ihn in Einfalt des Herzens. Denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht verfluchen, und offenbart sich denen, die ihm nicht misstrauen. Denn verkehrte Gedanken führen von Gott ab, und seine Allmacht, wenn sie angezweifelt wird, straft die Toren. Denn in eine bösgesinnte Seele kehrt die Weisheit nicht ein und nimmt ihre Wohnung nicht in einem der Sünde dienbaren Leibe. Denn der Heilige Geist der Zucht meidet die Falschheit. Er hält sich fern von törichten Gedanken und wird verscheucht, wenn Ungerechtigkeit aufkommt. Denn ein menschenfreundlicher Geist ist die Weisheit und lässt auch den Gotteslästerer nicht ungestraft, ob der Schuld seiner Lippen. Denn Gott ist Kenner dessen, was in seinem Inneren vorgeht. Er ist der wahrhaftige Beobachter seines Herzens und der Hörer seiner Reden. Denn der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis, und er, der das All umfasst, hat Kenntnis von jedem gesprochenen Wort. Darum bleibt keiner verborgen, der Unrechtes redet, und die strafende Gerechtigkeit geht an ihm nicht vorüber. Denn über die Anschläge des Gottlosen findet eine Untersuchung statt, und die Kunde von seinen Reden kommt vor den Herrn zur Bestrafung seiner Verfehlungen. Denn sein eifersüchtiges Ohr hört alles, und auch das leiseste Murren bleibt ihm nicht verborgen. Die Sünde führt den Tod herbei, den Gott nicht will. Hütet euch also vor unnützen Murren, und bewahrt die Zunge vor Lästerrede. Denn auch heimliches Gerede geht nicht ungestraft hin, und ein lügnerischer Mund vernichtet die Seele. Trachtet nicht nach dem Tode durch die Verirrung eures Lebens, und zieht nicht das Verderben durch euer eigenes Tun herbei. Denn Gott hat den Tod nicht geschaffen, und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Denn alle Dinge hat er zum Sein geschaffen, und alles in der Welt Erzeugte ist zum Heil da. In keinem findet sich das Gift des Verderbens, und das Totenreich hat nicht die Herrschaft auf Erden. Denn die Gerechtigkeit ist unsterblich und dem Tode nicht unterworfen. Die Ungerechtigkeit aber führt den Tod herbei. Die Törichte und trotzige Rede der Lästerer vom Menschenleben und ihr verwerfliches Verhalten. Die Gottlosen aber rufen den Tod herbei, durch ihre Taten und Reden. Sie halten ihn für einen Freund und verzehren sich in Sehnsucht nach ihm. Sie schließen einen Bund mit ihm, weil sie es wert sind, ihm als Beute zuzufallen. Sie sagen nämlich bei sich selbst, indem sie verkehrt urteilen. Kurz und mühselig ist unser Leben, wenn es mit dem Menschen zu Ende geht, gibt es kein Heilmittel, und bekannt ist uns keiner, der aus der Unterwelt gerettet hätte. Denn durch Zufall sind wir entstanden, und nachher werden wir sein, als wären wir nie dagewesen. Denn Dunst ist der Odem unserer Nase, und das Denken nur ein Funke, der durch die Bewegung unseres Herzens entsteht. Erlischt dieser Funke, so wird der Leib zur Asche, und der Geist verfliegt wie dünne Luft. Selbst unser Name gerät mit der Zeit in Vergessenheit, und niemand gedenkt mehr unserer Taten. Unser Leben geht vorüber wie die Spur einer Wolke, und wird verweht wie Nebel, den die Strahlen der Sonne verscheuchen, und denen ihre Wärme zum Sinken bringt. Ein Schatten, der vorüberzieht, das ist unser Leben, und eine Wiederkehr unseres Endes gibt es nicht. Denn fest versiegelt ist's, und zurück kommt keiner. Die Genusssucht der Gottlosen und ihr Hass gegen die Gerechten So kommt denn, und lasst uns die Güter genießen, die uns zu Gebote stehen, und lasst uns eifrig die Welt ausnützen, da wir noch jung sind. Mit kostbarem Wein und mit Salben wollen wir uns reichlich bedenken, und keine Frühlingsblume soll ungepflückt bleiben. Mit Rosenknospen wollen wir uns begrenzen, ehe sie verblühen. Keine Aue soll es geben, die wir nicht schwelgend durchstreifen. Keiner von uns halte sich fern von unserem Wohlleben. Überall sollen die Spuren unseres Frohsinns zurückbleiben, denn das ist unser Teil und unser Los. Laßt uns gegen den Armen gerechten gewalttätig vorgehen, gegen keine Witwe Schonung üben und dem grauen Haar des hochbetagten Kreises keine Achtung beweisen. Nein, unsere Kraft soll der Maßstab für unser Rechtsverfahren sein, denn was schwach ist, erweist sich als wertlos. Dem Gerechten wollen wir aufsässig sein, weil er uns unbequem ist und unserem Tun entgegentritt, weil er uns Übertretung des Gesetzes vorhält und uns Verfehlungen gegen die Zucht zum Vorwurf macht. Er rühmt sich, Gottes Erkenntnis zu besitzen und nennt sich selbst einen Gottesknecht. Er ist für uns eine beständige Anklage unserer Denkweise geworden. Lästig ist er uns schon durch seinen Anblick. Denn seine Lebensweise weicht von der aller anderen ab und sein ganzes Verhalten ist völlig verschieden. Wir gelten ihm als falsche Münze und er hält sich fern von unserem Tun und Lassen wie von Schmutz. Er preist das Endlos der Gerechten glücklich und prahlt mit Gott als seinem Vater. Nun, wir wollen sehen, ob er mit seinen Worten Recht hat und wollen abwarten, wie sein Ausgang sich gestalten wird. Denn ist der Gerechte wirklich ein Kind Gottes, so wird der ihm Beistand leisten und ihn aus der Gewalt seiner Widersacher retten. Mit Hohn und Misshandlungen wollen wir ihn auf die Probe stellen, um seine Sanftmut kennenzulernen und seine Standhaftigkeit im Leiden zu prüfen. Zu schmachvollem Tode wollen wir ihn verurteilen, denn Rettung wird ihm ja, wie er behauptet, zuteil werden. Das Tun und das Los der Gottlosen im Gegensatz zu den Gerechten in Zeit und Ewigkeit So denken sie und gehen dabei irre, denn ihre Bosheit macht sie blind. Sie haben keine Kenntnis von Gottes Geheimnissen, haben keine Hoffnung auf einen Lohn für die Frömmigkeit und wollen nichts wissen von einem Ehrenpreis für unsträfliche Seelen. Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Abbild seines eigenen Wesens gemacht. Aber durch den Neid des Teufels ist der Tod in die Welt gekommen, den die zu schmecken bekommen, welche dem Teufel angehören. Die Wahrheit macht frei. Wenn es nicht frei macht, dann ist es der falsche Weg. Wer der Lüge Glauben schenkt, der verliert die Wahrheit und sein Leben. Sei wachsam und lass dich nicht verführen. Gehe den geraden Weg nicht zurück, wenn du zweifelst. Dein Rat ist wertvoller als Gold. Vielen Dank.